Musik Als Pico Classic Produkt weiß der Taschenwagen T3000 SDGGMRSS 738 alle Merkmale eines hochpräzisen H0 Modells auf. Um eine hohe Stabilität neben ausgezeichneten Laufeigenschaften zu gewährleisten, wurde ein Metallrahmen gewählt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Verbindung beider Wagenhälften mit dem sogenannten Jakobstrehbestell gelegt. Es ist konstruktiv so angelegt, dass auch nach Sicherung durch Fahrenhängerradien wieder ein sauberer gerade Auslauf des Taschentragwagens garantiert wird. Das wollen wir hier im Test auf unserer kleinen Anlage demonstrieren. Die Anlage hat eine Abmessung von 95 x 150 cm. Auf der Anlage wurde das Pico A-Gleis verbaut. Die Gleisbogen sind R1-Ausführung, Radius 360 mm. Zur Demonstration der Fahreigenschaften der Taschentragwagen auf engen Radien haben wir die Pico-Neuheit Foslo G6 als Zuglok vorgespannt. Sie wird den Testzug mit den 6 Wagen ziehen. Zunächst in langsamer Vorwärts- und Rückwärtsfahrt mit Raufsicht, um den engen Radius darzustellen. Man beachte bitte auch, dass selbst bei R1 die Wagenenden über dem Jakobstrehgestell sich nicht berühren und eventuell ein Entgleisen verursachen könnten. Als nächstes wird der Wagenzug in schneller Vorwärts- und Rückwärtsfahrt durch die Radien gefahren. Auch diese Fahrtdemonstration beweist die Fahrsicherheit des Tragtaschenwagens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Selbst ruppiges Fahren kann die Wagen nicht aus der Ruhe bzw. aus dem Gleis bringen. Zum Abschluss eine Gefahrimpression aus dem LOX Berlin Alexanderplatz. Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei dem Team des LOX bedanken, die uns diese Aufnahmen möglich machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017